Heute ist Freitag, der 21. Juni 2024 und damit herzlich willkommen zu jedem Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir mitten in der Sommerpause den Klassiker schlechthin, nämlich das Klassik-Überraschungsei. Was da enthalten ist, seid gespannt. Los geht's mit dem Ü-Ei des Tages. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns natürlich morgen hier wieder bei jedem Tag ein Ü-Ei. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut.